Ja eigentlich hab ich gar kein Bock. Komm. Ich will die abziehen. Soll ich wechseln oder nochmal mit dem? Was meinst du? Mit welchen können wir gewinnen? Alles richtig machen können wir mit dem gewinnen. Wenn wir alles richtig machen. Hast du eigentlich die Badges mit dem schon oder? Jaja. Einfach 3000 Spiele, Alter. Der hat anscheinend die Zeit gehabt, der Wichser. Das war aber auch Schmutz, Alter. Meiner hat Post Dings gemacht. Ich komme. Diese Schütze, wie heißen die jetzt mal? Ist egal, jetzt komm. Pass auf, da wird ich... Ja Junge, meiner möchte nichts machen als... Deiner? Natürlich. ... ... ... ... ... ... ... Na, den kann man doch auch reingehen, Alter. ich habe noch nicht ich kann komme ich kann jetzt nicht reinziehen das ist halt die kacke wenn du peter ist unmöglich das ist ein kacke alter muss sich erschuten und schlechte shots nehmen ja ja komm mal ja ich bin gleich derzeit gut dann wir gegen computer spielen lächerlich 6 9 in pain piece wenn so ein kleiner gut auf dich danken kann wofür ich glaube erwartet bis sein seine anzeige komplett voll ist das trifft jetzt nicht die dinge oder ich weiß nicht was er genau macht euch diese ja alles klar ich weiß sogar ich springe sogar es bringt nichts das ist doch immer noch schlecht dem ball ich mache fast den aus den links können wir können mit jetzt ging gibt mir einfach ein bisschen ich kann auch gegen den danken nur im moment wo ich jetzt den ball aufgehoben habe waren jetzt im moment wo ich den ball aufgepickt habe ich kann nicht das ist auch für mich jetzt schon das mensch mit dem ich muss nur den ball du musst raus passen wenn er kommt weil sonst ist der ball weg ich hab das stilte den direkt weg wieder angerannt kommt digger ich ziehe einfach auch mit und wenn ich nicht bekomme wenn du nicht reinmachst dann mache ich einfach das ist so behindert alter man geht manchmal nicht auf diese 42 prozent geschenktes game kann ich auch nichts machen zweck 99 habe ich 99 die fans wie bei 99 das war die stark deine die haben schon drei und zwei fausel schon mal gut ich komme zu dir so steht das war jungen sagte der hat bestimmt nichts 80 oder 90 dank block bestimmt nicht alter und die blocken so als ob die das auf 99 leiter hat so hart arbeit als ob die 90 hätten hast du noch sagte das hat er ist das scheiße sollte du hast denn aber super gesprungen pass auf was wir nicht na ist warte ich komm zu dir und bleib stehen ja schön und double take wichtig warte warte ich dachte ich dachte ja mal ein stark ich sage es richtig mit dem spiel die sache ist die ich habe noch nicht meinen offensiv dank und hoch aber ich bekomme das auf über 90 ich habe wohl auf gold ich habe die fans wie band auf 99 und report of all of the inside habe ich kranke werte eigentlich ich habe zu mir das ding ist zone ist tot für mich wenn du paint bis das ist ich kann nix reißen ich muss einfach wer sie machen können ich kann ja nicht raus passen weil du nicht werfen kannst das ist shit dann ja was wir machen können ist du ziehst rein du passt mir also du versuchst so reinzuziehen dass du den einschein hast hast du den rein wirft also dankst oder ein kopf die gemacht passt mir ich gehe in den post und versucht dann entweder zu punkten oder wenn zwei leute auf mich kommen passen sofort wieder raus bin ich bin ich bin ich bin schon ich denke schon dass ich den punkt machen kann in der zone glaubt mir nur gerade eben war es ein bisschen schmutzig hat hat sich hieß der andere kurzer war anders wie heißt der basse doch mal irgendwas mit kürzer über wie hieß dieser scheiß andere kurzer war das gesicht da hätte die euro weiter dieser habe ich nur ach so nee das wird einfach mal mit zeit ich schwib den in der zone glaubt mir schütteln vor allem wenn das so ein gard ist wirklich nicht das nur auf dass er dich nicht so gut die fans werte wenn ich so daran denke dass es ein tool passt für das scheiße steiner oder macht sich für die riebe und bereit damit sich halt schon kreaten kann ich weiß nicht ja ja warte ich hoffe der fakt ist nicht aus der hand wenn du siehst ich versuchen wenn ich mit wenn ich mit dem habe kann ich besser schuten weil du kannst dann locker den rebound holen gegen kurz aber oder also den den da oh mein gott hat ich komme zu dir in dem mit der mütze oder deinen menschen mal ich kann mir gegen den anderen meinen ich denkst hast du ein besseres mits match frei alter bei schraub warte 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 okay geht mir ja das ist nicht nochmal deine das aber schuld simulator strak zwischen dem screen geben ja das war mein screen ich glaube ich habe noch nicht verlaufen werte ja das meine ich muss direkt ja er soll ich hab auch fuck bleibt beim 3 ok ok ich passt ja raus ich dachte ich könnte da ist gut sehr gut nice defense endlich kann sich mit dings was anfangen jetzt eigentlich konnte ich mal mit dings was anfangen mit spring stopp alter sorry aber das was die da machen sollte gar nicht möglich sein wenn der gegner springstock hat weiß was ich meine ich wollte sofort passt nicht alles gut ich habe es gesehen ich achte mehr auf den anderen damit ich weiß war nicht passen sollen wir es nicht ich habe nichts ich habe das noch nicht mal als ob selber leider es war so ein scheiß ich würde das sein zu dank geht das auf der schuldet vielleicht ich dachte das wird zu weit weg wie lange hat der tag aber schon schon etwas länger was denn auch alles gut du kriegst den ich möchte ein bisschen frauen damit ich ticker auf zeitraus vor scheiß auf vor und dann ist er gestand da ist die fans ja stark auspacken warte hat gelegt deiner stark ich komme sie vor ihm bleibt direkt an der zone an der grenze ja perfekt bei der zone an der ganze damit direkt die rebounds und so eine viel zu früh gesprungen ich dachte du passt mir zwei zu dir gekommen sind ich habe den dings nicht erwartet hat trägt hallo ich bin schluck kommen wir verlieren das nicht das kommt jetzt Uff, uff, uff. Das gibt's doch fucking noch mal nicht, du Hurensohn. Das ist nicht normal, das ist nicht normal, oh fuck, ich muss raus aus der Zone. Hallo, was soll die Scheiße? Ohne Sinn, ohne Sinn. Hast du das gesehen, Bro? Wie der Vierke gespammt hat? Ohne Sinn. Komm, wir kriegen den wieder, easy. Ohne Sinn, das Game. Du hast den, du hast den. Dagegen die verlieren wir nicht. Easy, du hast den. Oh, manchmal hab ich hab... Du hast den, Bro, pass auf, nicht die ganze Spam. Scheiße, ich dachte das... Du kriegst den schon. Deiner. Ja. Und tschüss. Da unten die dreckigen Alter. Wie die Vierke die ganze Zeit gespammt haben. Bastarde. Da unten. Tschüss. Oh mein Gott. Ich schreib dem jetzt eine Nachricht kurz, aber Trash. Und glaubst du, die kommen wieder? Oder wächst dann die in die Lobby? Da sind andere. Ne, die sind noch da. Der Fußballer hatte es quasi schwierig nach diesem Ding. Ich sag stick to football. Nein, hör auf, Alter. Ja, weh. Dreckig Alter. Aboios. Ah, nein. Aboios.